Meine lieben Freunde, hier, hallo, wir sind hier bei YouTube und Twitch gleichzeitig. Wir machen nochmal ein paar Re-Spins auf. Einfach, weil wir Bock haben. Also, Daumen drücken! 40 Stück! 40! Das ist gelbe Blödsinn! Ich überleg mir das, glaube ich, nochmal mit dem Aufmachen. Nicht jetzt! Ich, nur weil wir heute im Livestream, also quasi nicht, wenn das Video kommt, sondern im Livestream, wo wir es aufgezeichnet haben, da haben wir uns ein neues Outfit gesucht. Aber warum kriegen wir denn jetzt schon wieder... Ja! Wir verschenken das hier einfach an... Nee, 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 nee. Aus der Community. Du bist einfach großartig und dein Spielernamen geschenk senden. Da! Rein! Ja! Ohne Kleidung ist auch schon. Man kann das auch übrigens zur Seite schieben, Siffa. So, jetzt aber ein Lusthaus! Wenn ich bei Wer-Wir-Wir-Millionär sitze und ich kriege 125.000, ne? Darf ich sagen... Aber so... Und es ist halt der Alter! 30.000, auch nichts mehr wert! Ich mache morgen 200 auf. Acht du scheiße! Rein am Googeln was? 200, ja... 70 Super Respawn. Oh, der war toll, toll, toll. Los! Los! Leute, wir sind hier an der Hotline von Horizon Respawn. Ey, das ist doch mal, was ist das denn für ne Sche... Hunderttausend ist auch, das ist einfach... Sehr viel Grüße, wir müssen, wir müssen zum Stream Ende, müssen wir noch mal ein bisschen rein... Das wäre auch mal ein Wagen, damit könnte man gut einkaufen gehen, glaube ich, ne? Da weißt du gleich, wer hier der Boss ist. Und... Rein ins Video, Kaisi, rein. Wir verschenken jetzt wieder erst mal an Kaisi. Das kann man nicht aussehen. Mitwirkende von Kaisi, du bist ein toller Spieler... Ne, viel Spaß mit... Da rein in den Tag verschönern. Spielernahme. Damit die gleich Bescheid wissen hier, Invertmaster, der gönnt. Außerdem ist das ja eh ne Herausforderung hier, von... Also, an alle Spieler. Paar Autos verschenken. Nein, die helle, runde Sonnenbrille! Oh man, die fehlt uns noch im Repertoire. Komm, weitere 30 noch. Los! Los jetzt! So geht das nämlich, ne? Ja! Los! Weißt du, die rote Sonnenbrille wäre okay gewesen, 250.000 wäre okay gewesen. Nein, wir kriegen hier in der... Also, das ist doch... Da krieg ich Bluthochdruck. Obwohl, Fairlady hatten wir schon. Das wär nicht... Das war... Das war okay. 100.000. Nimm wir, wenn's sein muss. Ja! Einfach her mit der... Mit der Cash! Her mit der Cash! Einfach Cash! Ich möchte was Vernünftiges haben! Nix gegen Golf! Doch! Golf! Audi! Was? Oder Mercedes? Ja, wo... Wo sind die... Ah! Firebird ist grundsätzlich auch erstmal ein lecker Gerät. Oh! Oh! Ey, mal im... Wer freut sich denn über ein 65er Transit? Das ist doch... Das ist doch gar nix! Hier, Geschenk! Da denkt auch jemand in, wer denn der haut hier schon wieder raus. So, doch! Hier, Spielernahm, plam, zack, weg! Ah! So, Kaisi, hier wieder Auto für dich. Der snackt nämlich alles weg hier. So, jetzt, komm! Ach, was ist... Zweimal hintereinander 45.000 da drunter den Transit... Was ist das für ein Schmutz-Spin? Ah! Los! No, ja! Dieser war dann nicht... Okay. Los! Los! Jetzt los! Los! Ah! Mann, die klobige Ruhe! Ah! Ah! ich meine ja. Los, los. So geht das nicht. Wir müssen auch. Boss, wir brauchen Boss. Was geht denn, alter? Los jetzt. Los, komm, für die YouTubes. Ohne und die Freude. Wobei, den Sportspack hätte ich eigentlich lieb, das ist. So, jetzt, komm. Ah, kann man da oben denn... Ach, Mann, das wäre... Von wegen hier Streamer-Glück und so. Wir kriegen hier nur die Moneten. Was ist denn das für ein Schmutz? Nimm mal das richtige Loot hier an. Tö. Guck mal. Hol Oma Sommerrock. Wird das überhaupt so ausgesprochen? Hol Oma. Hol Oma. Hol die Oma. Drei Minuten hier, ich hab das Quint schnell fürs Wochenende voll. Danke dir. Kuss. Siehs mal. BISCHMOP! Dö, 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 dö. Rein in die YouTube-Videos. Rein, einfach rein. BISCHMOP. BISCHMOP unter Strich Elf besucht seit 25 Monaten die beste Firma der Welt. Achtung. Achtung. Warum denn Achtung? Wir machen hier noch ein paar Spins für YouTube. BISCHMOP, vielen Dank für 25. Dankeschön. Ich hab das. Ey. Ja, also dafür steht, glaube ich, die 83 bei Heinle im Namen. So. Ey Leute, bitte, komm. Wir müssen jetzt. Also, los jetzt. Also, komm. Los jetzt! Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... Jaaaaaaaaaaahhhh!!!! Zack! Großartig! Hier, dann machen wir mal Gamer Tag! Zack! Rein! Ja, tschüss! So! Wieder was Gutes gemacht! Geh doch du verrück! Ich bin verrückt! Du doch hoffentlich auch! Prost! Oh, was war da? Da war da was legendäres! Bitte, drück! Ja, da war zwei sogar! Oh, Mann! Wo ist denn jetzt das Glück, was wir bräuchten? Oh, das ist auch... Oh, Mann, das ist auch... Kaisi, krieg dir wieder ein Auto. Viel Spaß damit! Spielername, tschüss! Ah, das kannst du dir nicht austinken, ne? Ja, Kaisi, das hast du schön gesagt. Was ist das denn? Wir sind hier nur noch... Das ist hier kein Respin-Video, sondern... Zu, äh, das ist ein Geschenker-Stream hier. Was ist das denn hier? So, nur aber! Ding! Oh, Mann, der 63 AMG! In was? In Ro... Coupé Blackstreet? Aber der ist so... Der ist... Ne, der sieht ja voll doof aus. Ich mein, wir haben... Klar haben wir den Subaru gewonnen, aber der 63 AMG sieht er gar nicht... Ne, ne. Komm, jetzt noch mal... Drück noch mal alle Hühner-Augen! Alles drücken! Drücken! 40... Das kannst du ja auch nicht denken... Anderen ne Freude, Mann, Küsschen! Da klingelt die Katze! Jetzt streamen wir übrigens auch auf Twitch.TV im Webmaster, ne? Habt ihr gesehen? Wisst ihr Bescheid? Hahahaha Fünfund... Äh, komm! Jetzt aber! Los, der vorletzte! Rein! Och, meine Fahrradklingel... Also, leckt mich doch am Po noch. Entschuldigung. Los! Jetzt aber noch einmal zum Schluss! Zum Schluss! Ahhhh... Clio, ja, sind wir auch schon mal gefahren. Ja, Schmutz! Raus! Ist vorbei! Äh... Das nächste Wies für ein Video folgt demnächst.